C ist eine sogenannte funktionsorientierte Programmiersprache. Das heißt, dass im Grunde der gesamte Quellcode eines Programms in irgendwelchen Funktionen steht. Bisher haben wir unseren Quellcode immer in die Main-Funktion geschrieben. Das ist also die Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Programm gestartet wird. Man kann natürlich aber auch Quellcode in andere Funktionen schreiben. Das ist zum Beispiel dann besonders sinnvoll, wenn man Funktionen schreiben möchte, die nicht nur in einem Programm verwendet werden, sondern vielleicht in verschiedenen Programmen wiederverwendet werden können. Oder wenn zum Beispiel bestimmte Codeabschnitte immer wieder ausgeführt werden sollen. In diesem Video geht es jetzt darum, wie man Funktionen selber schreibt, wie man Parameter an Funktionen übergibt, wie man aus Funktionen Rückgabewerte zurückliefert und die wiederum in Variablen speichert und was sogenannte Funktionsprototypen sind. Wir starten zunächst einmal damit, ein sehr einfaches Programm hier in der Main-Funktion zu implementieren, das nur zwei Zeilen ausgibt. Das Programm erzeugt also diese Ausgabe hier. Zunächst steht da, hier kommt eine Linie und dann wird auch eine Linie gezeichnet. So, jetzt möchte ich das Zeichnen dieser Linie in eine Funktion auslagern. Der Funktionskopf ist hier in Zeile 3 dargestellt. Zunächst einmal muss man angeben, welchen Rückgabewert die Funktion hat. Und hier ist genau, wie das auch bei der Main der Fall ist, der Rückgabetyp Void. Das heißt, die Funktion gibt nichts zurück. Danach kommt der Funktionsname. Die Funktion habe ich hier Zeichnenlinie genannt. Grundsätzlich bestehen bei der Vergabe von Funktionsnamen die gleichen Beschränkungen, wie auch bei der Vergabe von Variablennamen. Also der Name darf nicht mit einer Zahl beginnen. Die Länge ist auf 32 Zeichen beschränkt und es dürfen keine Sonderzeichen außer einem Unterstrich vorkommen. Hinter dem Funktionsnamen in den runden Klammern stehen wieder die Übergabeparameter. Und da diese Funktion hier noch nichts übergeben bekommt, stehen da eben keine Argumente. So, und innerhalb der geschweiften Klammern steht dann der Funktionsrumpf. Das heißt also, die Anweisungen, die ausgeführt werden sollen, wenn die Funktion Zeichnenlinie aufgerufen wird. Und hier soll einfach nur eine Linie, bestehend aus einer Reihe von Minuszeichen, geplottet werden. Und dann erfolgt noch ein Zeilenumbruch und dann ist die Funktion fertig abgearbeitet. Wenn man jetzt also möchte, dass eine Linie ausgegeben werden soll, muss man die Funktion Zeichnenlinie aufrufen. Und das mache ich jetzt hier in der Funktion Main. Das ist also der Funktionsaufruf. Dafür gibt man den Funktionsnamen an, muss dann aber auch noch dahinter die runden Klammern schreiben, auch wenn keine Parameter übergeben werden. Die Ausgabe ist genau das gleiche wie das, was wir gerade eben schon gesehen haben. Die Abarbeitung des Programms ist jetzt aber eine andere, auch wenn man das nicht sofort sieht. Es wird also zunächst einmal die Funktion Main aufgerufen. Dann wird das Printf in Zeile 9 ausgegeben. Also hier kommt eine Linie. Und danach wird die Funktion Zeichnenlinie aufgerufen. Dann springt also das Programm in die Funktion Zeichnenlinie. Und dort werden dann die Anweisungen der Funktion abgearbeitet. Das ist hier eben nur ein einfaches Printf. Nachdem die Funktion also abgearbeitet wurde, springt das Programm wieder zurück. Sozusagen hier in Zeile 10. Und danach ist das gesamte Programm dann auch schon abgearbeitet. Der Vorteil der von Zeichnenlinie ist jetzt, dass wir sehr einfach die Linie eben immer wieder ausgeben können, ohne explizit da selber ein Printf für schreiben zu müssen. Zum Beispiel hier auch vor dem Printf, hier kommt eine Linie. Hier sehen wir jetzt also unseren Text umrandet jeweils von einer Linie, die gezeichnet wird über den Funktionsaufruf. Funktionen sollten typischerweise so geschrieben sein, dass sie möglichst generisch sind. Das heißt, in möglichst vielen Programmteilen auch wiederverwendbar sind. So wie zum Beispiel die Funktion Printf. Printf können wir ja verwenden, um ganz verschiedenen Text auszugeben oder auch den Text unterschiedlich zu formatieren. Hier in unserem Fall könnte man eine bessere Wiederverwendbarkeit der Funktion Zeichnenlinie dadurch erreichen, indem man zunächst einmal angibt, aus wie vielen Elementen denn unsere Linie überhaupt bestehen soll. Dazu muss ich der Funktion Zeichnenlinie jetzt einen Übergabeparameter mit übergeben. In den geschweiften Klammern gebe ich hier also an, was für ein Datentyp erwartet wird. Das ist hier der Datentyp Integer. Und dahinter muss ich einen Namen für die Variable übergeben, die also jetzt in der Funktion verwendet werden soll. Hier ist das der Variable Name Länge. So, das Zeichnen der Linie mache ich jetzt hier also in einer Vorschleife und ich durchlaufe die Vorschleife genau so oft, wie ich als Übergabeparameter Länge hier erwarte. Das heißt, wäre Länge zum Beispiel 3, würde ich dreimal hintereinander einen Strich ausgeben und nachdem die Vorschleife dann abgearbeitet wurde, noch einen Zeilenumbruch. So, da unsere Funktion Zeichnenlinie jetzt einen Übergabeparameter erwartet, sieht man hier in den Funktionsaufrufen in der Main-Funktion, dass die Klammer so etwas rot unterstrichelt ist. Das heißt, hier ist offensichtlich ein Fehler, denn die Funktion Zeichnenlinie müssen wir aufrufen und dabei einen Parameter übergeben. Das kann zum Beispiel sein, dass wir hier eine 10 übergeben. Das heißt, die Linie soll hier genau mit 10 Strichen gezeichnet werden. Wir können aber auch eine Variable vom Typ Integer an Zeichnenlinie übergeben, so wie ich das jetzt hier in Zeile 15 gemacht habe. L hat ja den Wert 15 und der Aufruf in Zeile 15 von Zeichnenlinie bekommt dann eben den Wert von L übergeben, hier also 15. Den Unterschied zu vorher sieht man jetzt hier an dieser Ausgabe. Die erste Ausgabe in unserem Programm ist jetzt hier eine Linie der Länge 10. Dann kommt wieder unser Text und hinter dem Text kommt eine neue Linie, die aber jetzt aus 15 Zeichen besteht, so wie wir es eben in Variable L angegeben haben. Eine Funktion kann aber nicht nur ein Übergabeparameter bekommen, sondern auch mehrere Übergabeparameter und die muss man dann durch Komma voneinander trennen. Hier in unserem Fall könnten wir jetzt zum Beispiel nicht nur die Länge angeben, sondern auch das Zeichen, das verwendet werden soll, um eine Linie darzustellen. Dazu habe ich hier also den Aufruf von printf in Zeile 5 so verändert, dass ich nicht fest einen Strich ausgebe, sondern ich habe hier das Formatierungszeichen für einen Charakter eingefügt und das Zeichen, was dafür ersetzt werden soll, ist eben das Zeichen, das die Funktion Zeichnenlinie übergeben bekommt. Genau wie gerade als wir das Argument vom Typ Integer hinzugefügt haben, sehen wir jetzt hier auch wieder einen Fehler bei den Funktionsaufrufen in Zeile 13 und 15 innerhalb der Funktion main. Es ist also so, dass jetzt eben nicht mehr nur ein Integer erwartet wird, sondern auch ein Character und hier müssen wir also ein Zeichen noch zusätzlich übergeben. Hier soll also jetzt eine Linie der Länge 10 mit Sternchen gezeichnet werden und in Zeile 16 soll jetzt eine Linie aus 15 Os gezeichnet werden. Und die Ausgabe sehen wir jetzt wieder hier. Nicht nur die Linienlänge ist jetzt also veränderlich, sondern auch der Linientyp. So bisher haben wir also gesehen, wie man eine Funktion deklariert und implementiert und zusätzlich haben wir eben auch gesehen, dass man an eine Funktion Parameter übergeben kann. Eine Funktion kann aber an die aufrufende Funktion auch einen Rückgabewert liefern. Der Typ des Rückgabewerts ist vor dem Funktionsnamen immer anzugeben. Hier bei main und bei zeichender Linie ist das jeweils der Datentyp void, also nichts, die Funktionen geben also jeweils nichts zurück. Ich möchte das Beispiel jetzt hier einmal erweitern, um eine zusätzliche Funktion, die auch einen Rückgabewert liefert. Und zwar möchte ich hier eine Funktion schreiben, die einen größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen berechnet, die diese Funktion übergeben bekommt. Dazu greife ich auf den euklidischen Algorithmus zurück, den ich in einem vorherigen Video schon mal dargestellt habe. Hier in der Funktion, die ich ggt genannt habe, wird also der größte gemeinsame Teiler der Zahlen berechnet, die ich an diese Funktion übergebe. Die Zahlen habe ich hier Zahl 1 und Zahl 2 genannt, jeweils vom Typ Integer. Und das Ergebnis ist auch wieder eine Zahl vom Typ Integer, die zurückgeliefert werden soll. Deswegen schreibe ich also vor den Funktionsnamen den Datentyp Int. Innerhalb dieser Funktion berechne ich jetzt also mit dem euklidischen Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler. Und nach Ausführung des Algorithmus steckt also das Ergebnis in der Variablen Zahl 1. Und wenn also diese Wildschleife abgearbeitet ist, heißt das, dass auch der Algorithmus beendet ist. Und danach kann ich also das Ergebnis zurückgeben. Und das mache ich mit dem Schlüsselwort Return. Durch ein Return wird also die Funktion beendet und der Wert zurückgegeben, der eben in Zahl 1 hier steht. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, dass hier die Funktion beendet ist. Denn wenn hier hinter noch Funktionscode käme, dann wird dieser eben nicht mehr abgearbeitet. So wie zum Beispiel dieses printf hier. So, diese Funktion, die wir jetzt hier geschrieben haben, die möchte ich jetzt gleich einmal aufrufen aus der Main. Und dazu werde ich erstmal den Programmcode in Main ändern. So, in der Main-Funktion deklariere ich zunächst einmal zwei Variablen uInp1 und uInp2. Das sind also Variablen, in die ich die Benutzereingaben speichern möchte. Also die Zahlen, die durch den Benutzer eingegeben werden sollen, deren größter gemeinsamer Teile berechnet werden sollen. Und die Abfrage dieser Zahlen findet eben in den Zeilen 29 bis 33 statt. Danach wird eine Linie gezeichnet mit der Funktion, die wir zuvor geschrieben haben. Hier bestehend aus 20 Punkten. Und dann deklariere ich eine Variable vom Typ Integer, die ich Ergebnis genannt habe. Und in Ergebnis wird also das Berechnungsergebnis des größten gemeinsamen Teilers, also der Funktion ggt, gespeichert. Im Variablen Ergebnis wird hier in Zeile 36 ein Wert zugewiesen, nämlich durch dieses Gleichheitszeichen. Das ist ja der Operator, mit dem man einer Variablen einen Wert zuweist, ähnlich wie das auch in Zeile 27 passiert. Und die Zuweisung erfolgt hier eben durch den Aufruf der Funktion ggt. Die Funktion wird also aufgerufen, sie berechnet etwas und das, was sie zurückliefert, nämlich mit diesem Return, Zahl 1, das wird eben in Ergebnis gespeichert. Und der Wert, der also in Ergebnis gespeichert wird, wird dann eben in Zeile 37 ausgegeben. Ich lasse das Programm jetzt einmal starten. Ich habe hier also zwei Zahlen, 50 und 15 eingegeben und der größte gemeinsame Teiler von 50 und 15 ist 5. So, wir sehen ja also, dass das Ergebnis richtig berechnet worden ist und auch korrekt zurückgegeben wurde an die Variable Ergebnis. Und was wir aber auch noch sehen ist, dass, wie ich oben schon beschrieben habe, der Code, der nach dem Return in der Funktion ggt geschrieben wurde, nicht mehr ausgeführt wird. Also ein Return beendet also auch die Funktion, die gerade abgearbeitet wird. So, dieses Beispiel hat also gezeigt, dass eine Funktion auch einen Rückgabewert liefern kann. Wichtig ist hier, dass man sich merkt, dass eine Funktion genau nur einen Rückgabewert zurückliefern kann und nicht mehrere Rückgabewerte. Das kann für den Moment eine Beschränkung sein, weil man vielleicht Funktionen schreiben möchte, die mehrere Rückgabewerte liefern sollen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt noch Möglichkeiten kennenlernen, wie man diese Beschränkung umgehen kann. Zum einen unter Verwendung von Pointern und zum anderen unter Verwendung von Strukturvariablen. Grundsätzlich gilt aber schon eben, dass eine Funktion nur einen Rückgabewert liefern kann. So, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Beispiel hier schauen, dann stellen wir fest, dass die Funktionen immer überhalb der Funktion Main deklariert und implementiert wurden. Also Zeichnenlinie und GGT stehen im Quellcode über der Funktion Main. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ob das immer so sein muss oder ob das nicht eigentlich egal ist. Dazu schiebe ich jetzt einmal im Quellcode die Funktion unterhalb von der Main-Funktion. So, wir sehen jetzt also hier oben die Main, dann darunter die Funktion Zeichnerlinie und darunter dann die Funktion GGT zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers. Jetzt lasse ich das Programm noch einmal laufen. Wir sehen jetzt hier, dass ein Fehler beim Erstellen aufgetreten ist. Es wird gefragt, ob wir den Vorgang fortsetzen möchten und den letzten erfolgreichen Bild ausführen wollen. Das heißt, dass also nicht das aktuelle Programm, sondern das Programm, was als letztes erstellt wurde, ausgeführt werden soll. Das wollen wir nicht, deswegen klicke ich hier Nein. Schauen wir jetzt mal auf die Fehlerliste. Hier sehen wir zum einen ein Compiler-Fehler C4013 und da wird gesagt, dass Zeichnerlinie und GGT undefiniert sind. Und die Annahme ist extern mit Rückgabetyp Int. So, das bedeutet also, Zeichnerlinie und GGT sind Bezeichner im Quellcode, hier in Zeile 11 beziehungsweise in Zeile 13, die der Compiler noch nicht kennt. Denn der Compiler bearbeitet den Quellcode von oben nach unten. Und dabei nimmt er an, dass es Funktionen sind, die extern definiert wurden. Das heißt also, an einer anderen Stelle des gesamten Programmcodes. Und es wird hier implizit angenommen, dass der Rückgabetyp der Funktion Integer ist. Bei der Funktion GGT trifft das sogar zufällig zu, bei der Funktion Zeichnerlinie nicht, denn die hat ja tatsächlich den Rückgabewert Void. Unter der Annahme, dass also diese Funktionen extern definiert wurden, fährt der Compiler also fort. Und in Zeile 17 trifft er dann auf die Funktion Zeichnerlinie, weil er ja schon angenommen hat, dass diese Funktion extern, also an einer anderen Stelle des Programmcodes, schon definiert wurde. Sagt er jetzt, dass hier also ein Fehler aufgetreten ist, denn eine Neudefinition, also eine Funktion, die den gleichen Namen hat, darf es eben nicht geben. Und deswegen wird also das Erstellen des Programms abgebrochen. Um diesen Fehler zu vermeiden, muss man dem Compiler ziemlich zu Beginn des Programms mitteilen, dass in dem Programm eben Funktionen vorkommen, die jetzt später definiert werden. Das heißt, man muss also zu Beginn des Programms sogenannte Funktionsprototypen deklarieren. Jetzt lasse ich das Programm nochmal laufen. Wie wir jetzt hier sehen, wird das Programm fehlerfrei ausgeführt. Der Grund liegt jetzt eben darin, dass der Compiler den Programmcode von oben nach unten durcharbeitet und in Zeile 4 und 5 wird ihm mitgeteilt, dass in dem Programm Funktion zeichende Linie, beziehungsweise GGT vorkommen. Wenn er dann also in Zeile 15 oder Zeile 17 innerhalb der Main Funktion eben auf diese Funktion stößt, nimmt er nicht mehr an, dass diese Funktionen extern, also an einer ganz anderen Stelle des Programmcodes definiert werden, sondern innerhalb dieser Datei, die gerade eben kompiliert wird. Wichtig ist hierbei, dass man bei dem Funktionsprototypen genau angibt, welcher Rückgabewert erwartet wird und auch, welche Übergabeparameter erwartet werden. Hierbei muss man jetzt nicht die Namen der Parameter angeben, sondern nur die Typen der Parameter.